so was ganz anderes so nebenbei um die monetarisierung zu aktivieren bin ich eh noch von entfernt überlege ich auch noch gar nicht weißt du braucht man 4000 wiedergabe stunden ich habe aktuell auf einem kanal muss man kurz zu sagen habe ich aktuell 21.895 videos und man will mir sagen ich habe erst 75 stunden wiedergabezeit klar die meisten videos sind unter einer minute aber wie soll es so ein kanal schaffen oder wie soll ich das schaffen 4000 zu erreichen so das ist komisch das wird niemals passieren so sei es so wie es ist das ist nicht möglich kann ich wurde klar 1000 abos okay das ist machbar aber 4000 wiedergabezeit wiedergabezeit what the fuck sogar welche die 1000 abos haben über 1000 und auch große videos hochladen so 20 minuten sowas auch und trotzdem rein rechnerisch wahrscheinlich über 1000 videos mindestens in so 20 minuten um 4000 zu erreichen ich will jetzt gar nichts falsch sagen ich guck kurz nach 20 mal 20 mal 1000 ok das waren 20.000 mal man braucht ungefähr 4000 videos man braucht 1000 videos die vier minuten lang sind um das zu erreichen eigentlich machbar aber ich müsste schon viel mehr haben mit 21.895 videos muss ich doch schon deutlich mehr haben als 75 stunden veröffentliche wiedergabezeit allein schon die videos hier zu meinen tipps die ich habe das sind auch schon 53 videos das muss auch schon viel mehr sein als visite ne und ich habe keine ahnung ich habe keine ahnung her ich habe keine ahnung